Hey Leute, hier ist Nero und hier ist alles Huxen der Buchse bei euch, meine Freunde. Ja, heute machen wir mal eine Folge Let's Play Together, nämlich mit Ultimate MK9. Den lade ich mal einen Grupp ein, dann werden wir mal eine Runde Team Deathmatch spielen. Wenn das alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, natürlich. Ja, wir werden drei Runden spielen wahrscheinlich und alle drei wahrscheinlich auch Team Deathmatch. Und ja, ich hoffe, wir kommen nicht in diese Überprose-Gruppen. Das wäre natürlich ziemlich schlecht. Und dafür müssen wir natürlich auch in den Trupp kommen. Gucken wir, was er geschrieben hat. Aufnehmen, ja klar. Äh, ja. Sind schon dabei, ne? Lade ich nochmal einen. Und da ist er auch. Alles klar, dann können wir anfangen mit Team Deathmatch. Oh, du stimmst mich auf Nicht-Trupp. Ich weiß nicht, ob er ein Headset hat. Er hat mich halt gefragt, ob ich, äh, mit ihm zocken möchte. Ah, er ist von Weed. Ja, das ist doch mal was. Weed ist doch eigentlich ein guter Clan. Aber hier passiert wohl nichts, dann gucken wir nochmal. Oh, das ist doch mal was. Vielleicht findet er jetzt was. Ja, hier haben wir es doch. Okay, los geht's. Auf los geht's los, würde ich sagen. Oder? Museum Team Deathmatch. Team Deathmatch ist ja eigentlich nicht so mein Modus. Wenn ihr meine Geplänge-Videos mal geguckt habt, da ist ja hauptsächlich immer, äh, Absturzstelle und Sperre. Aber, ja. Ausnahmsweise spiele ich auch mal Team Deathmatch. Hm. Das war irgendwie... dumm gelaufen. Lade ich nochmal ein. Und gucken, dass wir jetzt mal in eine Lobby kommen. Wo es vorangeht. Das ist ja typisch. Wenn man zusammenspielen möchte, dann, äh, tut's immer fehlschlagen. Passiert immer irgendwas da. Er ist da. Dann können wir anfangen. Jetzt spielen wir hier auf Flughafen. Team Deathmatch. Ja, also, ich, wie gesagt, ich nehm auch noch, ich spiele auch noch gerne mit anderen Leuten hier zusammen. Neben meinem Projekt. Es ist jetzt so, dass ich dann meine, äh, Projekte hier auch, äh, also neben Projekte alle dann beiseite lege. So ist es ja auch nett. Und ja. Dann spielen wir mal mit, äh. Ja, spielen wir mal hier mit mit der ersten Klasse. Und los geht's. Dann zeig mal, was du drauf hast. Ultimate MK9. Nein. Arbeiten Sie zusammen und besiegen Sie der Fall. Ja, ich hab ihn schon. Und, 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 ja. Alles klar, hab einen. Da, ist schon okay, den ruhig mir. Ach, verdammt, ich hab grad eben gegessen. Meine Finger sind noch so ein bisschen klitschig. Jetzt sind rutschig ein bisschen an dem Dingsallzweck. Und. Okay, es ist geholt. Hohle ich mir den hier unten. Wow, leck, leck, leck. Jetzt hatte ich einen Leck gehabt. Habt ihr ja gesehen, der stand erst. Und auf einmal war der nach völlig anderen Stelle. Obwohl ich hier eigentlich bestimmt eine gute Internetverbindung hab. Ja, ach, der hat schon 6 Kills, der. Ja. Hab ich auch bekommen. Ach, das war jetzt. Kacke, man lag ich nicht. Ui. Okay, von wo? Wie hab ich denn auch? Ach, ah. Kam ja der von der Seite. Alles klar. Aktiviere ich hier den Maximalradar. Und weiter geht's. Auf die Jagd nach. Den Gegnern. Ich steile hier oben. Ja, das war ein Fail. Ach ja, es ist wieder gekriegt. Okay, wir gehen hier hinten. Jetzt läuft der noch mal oben. Wann läuft der nicht so schnell? Ach. Äh, jetzt glaub ich bin ich an dem vorbeigerutscht oder was? Scheint so, hm? Okay, weiter geht's. Gut, 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 gut. Das war Fail. Jumi, jumi, juma. Okay, hab den. Der hat an mir vorbeigeschossen. Okay. Was ist der hier? Ach. Habe ich den? Ja. Trotzdem noch getroffen. Und weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Und, hab ich den auch. Sehr gut. Oh, noch 15. Okay. Ich hab den dann so bekommen, jetzt aktiviere ich den EMP. Okay. Okay, es wird schon. Die erste Sitzung in Migration. Wo ist mein Team? Mein Team bewegt sich da hinten irgendwo fort. Ah, gut, ich hab wieder Muni gekommen. Ach. Da war ich jetzt im Nachladen. Hey, da hab ich Minus-Muni. Oh, 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 oh. Schnell weg. Ui, ui, ui. Das war gut. Knapp. Ich würd gern mal wissen, wie das jetzt hier aussiegt mit der Minus-Muni. Ich hab das zwar manchmal schon gehabt, aber... Fehlt nur einer bis zum Maximalanzug, ei perfekt, 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 perfekt würd' ich sagen, okay. Ach der letzte, verdammt, 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 naja macht nix. Weiter geht's auf Neues. Das war jetzt glaube ich ein bisschen Dschungelook. Na, dann killt euch mal zusammen. Wo seid ihr denn, Freunde? Und, na? Hallo. Da war er also. Versteckt war er. Der kleine frechter Spitzbube war versteckt. Ui, 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 der kam jetzt entgegen. Naja. Wie viel steht's denn? 20, 6 und 13, 4. Eieieiei. Okay. Scheint ein guter Wied, Wiedler zu sein. Dieser MK. Ah, jetzt kommt der von der Seite. Ich bin gegen ihn gelaufen und da hab ich Bauern verloren, oder? Auf jeden Fall so angezeigt. Okay. Hm. Ich schreit wieder einer. Ich schreit wieder einer. Hallo, wo seid ihr denn? Hm. Keiner mit da, oder? Ich hab aber auch nicht so viel Kaffee, das gibt's nicht. Oh, was ist der? Der hat doch irgendwas an. Hab ich doch einen gesehen. Oh, 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 oh. Da oben. Hallo. Hör der DINGS an oder was? Autopunnen sonst. Von hier ging der gleich tot. Boah hier sind sie zu fett und jetzt bin ich gegen den gerannt und deswegen hab ich jetzt erzogen gehabt Okay jetzt wissen wir wenigstens wo sie alles sind Das heißt da wird jetzt ein bisschen Party abgeben Okay 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 ich verstehe Wir machen jetzt einen auf Teamplayer eigentlich ganz ganz gute Idee Aber ja ach ne es ist ja das können wir natürlich auch wir können uns auch in der Gruppe fortberufen Okay Bekommen Doppelkill So ist der nächste Hier Und 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 Jep hab ich den auch bekommen Ach da Ach der war hinter der Tür Den hab ich jetzt geil gesehen 30 30 Ach nicht schlecht 20 6 Okay Ja gut dann mach ich jetzt hier einen Cut nach den Spiele Highlights Und ich hoffe wir sehen uns in der nächsten Runde wieder Das war's soweit mit Neron ihr lasst den Tritt in Schritt und so Ja und bis zum nächsten Mal Tschau Und out Yes Anyways dann